Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – Farbeindringverfahren Das Farbeindringverfahren ist eine wichtige Methode der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und so funktioniert sie vom Grundsatz her. Häufig gibt es Beläge auf der Oberfläche der Werkstücke, zum Beispiel Rost oder Farbe. Sie decken die Fehler zu, wie es die Schnittdarstellung zeigt. Der erste Schritt ist deshalb immer das Reinigen des Werkstücks. Das muss besonders gründlich geschehen, damit die Fehler, hier ein Riss, zur Oberfläche hin offen sind. Als zweites sprüht man nun Farbeindringmittel auf das Werkstück auf, meist ein intensiv rot gefärbtes, dünnflüssiges Öl. Aufgrund seiner geringen Oberflächenspannung dringt es in feinste Fehler und Risse ein. Nach einigen Minuten Einwirkzeit folgt dann der dritte Schritt, das vorsichtige Abspülen mit Wasser. Das Wasser entfernt das Farbeindringmittel ganz von der Oberfläche, aber nicht aus den Rissen. Jetzt der vierte Schritt. Auf die getrocknete Oberfläche sprüht man eine dünne Schicht Entwickler auf. Das ist aufgeschlemmte, feinkörnige Kreide. Der Entwicklerfilm trocknet und saugt dann das Farbeindringmittel aus dem Riss. An der Oberfläche hebt sich die Rissstelle deutlich von der Umgebung ab. Und so funktioniert das Verfahren in der Praxis. Wir haben uns zwei Werkstücke vorgenommen, den Abschnitt einer Schneckenwelle und eine gebrochene Fahrradkurbel. Beide Bauteile sind schon gereinigt. Zuerst kommt die Schneckenwelle dran. Die Werkstoffprüferin sprüht das Farbeindringmittel auf. Nach etwa 10 Minuten Einwirkzeit spült sie es mit Wasser wieder vorsichtig von der Oberfläche ab. Dabei achtet sie darauf, nicht unnötig lang zu spülen, denn in den Fehlern soll das Farbeindringmittel ja drin bleiben. Nun trocknet sie die Probe an der Oberfläche mit einem Tuch und nimmt das überschüssige Wasser auf. Als letzten Schritt trägt sie den Entwickler auf und lässt ihn trocknen. Fertig. Verschiedene Risse zeichnen sich tiefrot an der Oberfläche ab. Auch die Fahrradkurbel muss sich der Farbeindringprüfung unterwerfen. Einsprühen mit Farbeindringmittel, einwirken lassen, abspülen, trocknen und einsprühen mit Entwickler. Deutlich sind noch weitere Anrisse in den Bruchstücken zu sehen. Zum Abschluss die Vor- und Nachteile im Überblick. Für das Verfahren sprechen, nahezu alle Werkstoffe sind prüfbar und als Einzelprüfung ist das Verfahren einfach und kostengünstig. Nachteilig sind, es eignet sich nur für Oberflächenfehler, es ist keine Aussage über die Fehlertiefe möglich und raue, zerklüftete Oberflächen sind schwierig zu prüfen.